Hier haben wir die Delta Armory AR-15. Sie ist ab 14 und hat Vollauto. Sie fällt in die Kategorie Polymer mit ETU. Der Body ist aus robustem, faserverstärktem Polymer. Die Innereien sind natürlich aus Metall und die Bedienelemente sind auch aus Metall. Sie kommt mit Abdeckungen für die Schienen, aber wenn ihr taktisches Zubehör befestigen wollt, dann könnt ihr die Schienen auch einfach abnehmen. ETU und MOSFET schützen euch vor Gearbox-Germs, verbessern das Ansprechverhalten und schonen die Internals. Und keine Angst, dass die Visierung hier vorne beim Zielen stört. Der rote Punkt vom Leuchtpunktvisier ist genau da drüber. Und wenn überhaupt, dann hilft es beim Zielen. Und falls euch hier mal die Batterie ausgeht, habt ihr immer noch eine schöne hohe Backup-Visierung. Es ist sehr praktisch, weil beim Airsoft trägt man immer einen Mundschutz oder eine Maske. Und wenn die Visierung zu niedrig ist, dann ist das Ziel ein bisschen schwerer. Hier ist die Visierung schön hoch.